willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir torsten und ja kleine kleine schaffenspause leute das musste auch mal sein deswegen kam jetzt ein zwei drei tage mal keine videos ich hoffe das war jetzt nicht ganz so schlimm dafür dafür kann ich euch versichern habe ich ein bisschen mehr gearbeitet allerdings auf meiner normalen arbeit und ich komme direkt live hier rein der ober auf die nummer 20 also ich habe mich mal ganz ich habe mich auch ganz rausgehalten hier jetzt aus den cks und worum geht es eigentlich ja ich habe das nicht gewollt das zeige ich euch gleich was ich eigentlich tatsächlich nicht gewollt habe und mal sehen wie sich der ober hier schlägt so eine armee habe ich schon ewig nicht gesehen muss ich sagen mit dem queen walk oder queen ja doch ist ein queen walk jetzt wird zum charge jetzt geht die queen doch ein aber hier in der mitte ist natürlich ein bisschen das ist ein bisschen böse gerade muss ich mal so sagen denn die die loons gegen peckers ok oder hat hat die loons doch der der giftigen gerafft hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht aber da vorne klopft jetzt schon pecker an die wand weil der sprung doch nicht ganz so optimal gesetzt war ging es aber noch in der mitte außen geht pecker dame mit ein paar bowler im heck und hier innen ist eine schon gezündete queen ja das werden aber trotzdem denke ich mal drei sterne ich habe so ein bisschen den den leichten überblick auch hier im clan verloren wenn er halt mal so ein bisschen semi aktiv ist dann geht auch so das eine oder andere an dir vorbei und an mir vorbeigegangen ist dass wir in engine mit aufgenommen haben bei uns im clan wir sind eigentlich relativ engine los und aber gut mit gehangen mit gefangen da müssen wir jetzt durch aber ich glaube der ober hat das hier ganz gut gemacht auf die letzte base hier wir spielen 20er ck gegen 16er clan wir sind immer noch clan level 9 aber wir sind nicht mehr ganz so weit von 10 entfernt muss ich sagen wirklich wirklich nice und da ist der letzte stelle drin ja wunderbar sauber also gleich was live mit rein bekommen hier ist auch nicht schlecht ist auch nicht schlecht aber was habe ich eigentlich nicht gewollt das kann ich euch jetzt hier zeigen und zwar ist das folgendes mal klar ihr seht das jetzt wenn sich da das zeichen einmal dreht jawohl wir sind aufgestiegen das wollte ich nicht das wollte ich tatsächlich nicht das ganz witzig ich wollte eigentlich dass wir die liga halten aber wir sind als zweiter hier aus dem renn gegangen also aus der liga das war ich euch auch noch schuldig wie unsere juni saison eigentlich gelaufen ist sie ist echt gut gelaufen und mit abstand zum dritten sind wir zweiter geworden in unserer gruppe erster war nicht möglich aber zweiter der zweite war uns der war uns glaube ich noch nicht mal mehr zu nehmen wenn wir überhaupt nicht angegriffen hätten oder so also wir waren 40 50 punkte glaube ich beziehungsweise sterne vorm dritten und ist natürlich nicht schlecht einerseits andererseits muss man sagen mit unserer truppe wird es jetzt natürlich nicht nicht einfacher in der neuen liga dann zu bestehen also in der juli saison denn wir hatten wir hatten jetzt schon ein bisschen zu kämpfen gerade im unteren bereich wo wir doch noch ein paar neune haben hier ja wie soll man sagen da irgendwie dagegen zu halten und ich bin echt mal gespannt wie sich die nächste liga hier entwickeln wird und aber ich meine ist natürlich ein toller erfolg auch für den clan und classic okay da haben wir natürlich den letzten verloren vor zehn tagen sind aber auf einem guten weg hoffentlich jetzt wieder was grün ist einzufahren ist also alles nicht so schlimm wie es immer sage und wir haben jetzt auch ich habe den text auch angepasst ja das passt wieder wir sind 40 leute ist ein bisschen voller als sonst finde ich auch ganz gut sind ein paar neue leute dabei ein paar besucher hier und ja wenn ich euch dann manchmal nicht annehme dann sieht mir das nach dann passt ihr irgendwie warum auch immer nicht nicht ganz in unsere truppe hier rein aber ich habe ihn noch ein zwei nette nette sachen gesehen hier das ist übrigens der hollywood das ist glaube ich unser unser engine hier beziehungsweise okay der gegner hat auch welche dabei alles klar okay wenn der gegner auch welche dabei hat aber manchmal fragt sich natürlich warum hat der gegner überhaupt ngs weil du selber welche dabei hast keine ahnung könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben ob das ob das so ist denn sonst haben wir eigentlich keine engine accounts dabei und der hollywood 2.0 ist ein engine account und dementsprechend haben wir scheinbar jetzt auch wieder gegner erwischt die ja auch so ein account haben mal sehen wir das hier gemacht hat bowler gehen jetzt mit rein sprung zauber zwei gut zauber dabei heilzauber okay also der gegner auch hier wieder ballons in der klaren bürger ich glaube ballons sind immer noch gut für netten überraschungseffekt wenn du nämlich eine queen hast die außen rum rennt und das nichts in der mitte aber die gehen jetzt doch eben im gift kaputt und dann geht das hier ja eigentlich eigentlich ganz smooth durch so eine base durch obwohl die jetzt auch gar nicht mal so schwach ist also dem fehlt es nur am adler und an infernus okay das sind natürlich schon drei defensive gebäude die dann doch schon so ein bisschen den unterschied machen muss man muss man ganz klar dazu sagen denn das sieht jetzt gerade so ein bisschen so ein bisschen nach dem overkill aus denn hier hier ist natürlich alles nicht so wirklich toll platziert scheinbar die gehen hier echt smooth durch außen noch pecker heiler setzte hier ist noch außen verkehrter hat er vielleicht vergessen zu anfang aber jetzt hier zum zum ende die heiler zu setzen oder er wollte sie einfach noch setzen so nach dem motto naja ich habe es ja dabei dann setze ich sie auch ein vielleicht braucht diese gar nicht queen ist jetzt in der mitte und aber ich denke mal das sind stabile drei sterne hier kann man ja auch mal machen mal sehen wie sie wie sich seine base schlägt die sich jetzt nicht großartig anders aus also die ist auch max allerdings auch ohne adler und inferno und ihr wisst wenn ihr dann ein stück weiter gehen wollt mit so einem account also wenn ihr dann rathaus zwölf werden wollt müsst ihr sowieso adler und auch die infernos gebaut haben vorher geht es halt nicht hoch aber scheinbar ist das so ein account der nicht wirklich weiter geht ich habe ja auch einige von die einfach jetzt erst mal auf der stelle treten aber schön gemacht hier drei sterne und da muss ich euch heute gerade gerade so einen harten cut reinballern weil mein telefon gebimmelt hat und ich musste dann tatsächlich ja auch dran gehen also wo waren wir stehen geblieben wir waren bei den angie stehen geblieben und wir waren beim max stehen geblieben ja der max der max hat diesmal auch ein paar marken zusätzlich bekommen da hat tue ich mich auch mal sehr sehr schwer nach der liga mit wer bekommt die marken dieses mal bis im screenshot festgehalten wer die marken bekommen hat ich hatte mir das mal auf den zettel geschrieben von den letzten saison allerdings ist der zettel nicht wie mein ich grüße die zettel weg keine ahnung es war kein es war kein virtueller zettel sondern es war ein echter zettel und da hatte ich mir von der letzten und vorletzten liga glaube ich aufgeschrieben wer die bonus bekommen hat oder die bonus medaillen und aber diejenigen ich habe dann gefragt welcher max hatte denn eigentlich wir haben nämlich mehrere maxi hier welcher max hat denn letztes mal keine marken bekommen und ehrlicherweise hat dann der richtige max geschrieben ich habe keine bekommen und der andere max hat glaube ich geschrieben ich habe letztes mal bekommen also geht das ganze auch mit rechten und fairen dingen zu hier geht es allerdings gerade mit einer kleinen schweinerei weiter alter der hatte kann das sein dass der hier unten gerade mal ganz ganz viel bomben plus sind bomben turm hatte kommt jetzt aber noch mal hier mit einigen hocks noch mal fanden von außen mit rein die jetzt noch mit unterstützen hier hat noch zwei hallzauber für die base also elf auf ich glaube das war jetzt aber nur ein zehner das war eine das war auch ein er war schuldig das war auch ein elfer aber auch glaube ich nicht ganz so stark also auch hier in dem bereich ich habe sie ich habe jetzt gerade nicht drauf geguckt kann auch sein dass sie zehner war klärt sich gleich auf gucken wir gleich noch mal rein aber die schweine räume jetzt mit auf also wenn man natürlich ein paar schweinereiter immer noch über hat am ende die jetzt nicht in da noch mal eine falle da noch eine bombe okay dann lagen die hier nur in den ecken drin da noch eine alles klar naja gut aber alles nicht so schlimm es fliegen jetzt auch ja es fliegen auch keine mehr weg jetzt gucken wir gerade mal was das für ein rathaus war jetzt nicht dass ich euch da irgendwie wieder was blödes erzähle das war ein doch waren elfer angie o war gar kein angie der hatte ja doch hier so ein paar entfernt aus alles klar habe ich euch also kein miss erzählt acht auf acht hier rathaus elf auf rathaus elf ich glaube hier oben im zwölfer bereich hat sich noch nicht ganz so viel getan der templar hier hat glaube ich ein zwölfer hat schon zwölfer gemacht also elf auf zwölf hier templar hat glaube ich auch ein paar medaillen bekommen ja wie gesagt als leader ist es oder als halb leader so muss ich mal sagen ich bin jetzt war leader in diesem clan mit dem torsen account aber nach wie vor ist der clan hier so ein bisschen so auf sich nicht auf sich alleine gestellt aber er managt sich ganz gut hier mit den feistes mit den ältesten und so ist ich bin eigentlich immer ganz zufrieden wie das hier wie das hier von statten geht auch mit den bewerbungen die dann abgearbeitet werden oder auch nicht manchmal steht auch eine bewerbung tag länger da wenn keiner entscheiden will so nach dem motto wenn ich den jetzt annehmen ist thorsten stinkig oder so eines natürlich ist natürlich nicht so aber mal gucken rathaus elf auf rathaus zwölf hier das hier gerissen hat mit spam taktik hier hat das rathaus jetzt aber schon bekommen mal sehen ob er jetzt noch einen entfernen bekommt hier die box bases kann man anders machen das wisst ihr und ist aber auch nicht jedermanns sache hier mit hockradern oder mit einem luftpad durchzugehen und sicherlich am rathaus noch mal hart verteidigt hier da ist jetzt zwar ein sprung aber doch den sprung haben so ein paar skellys genommen und die die eine hexe da mal sehen aber die wird das nicht ganz schaffen okay aber schön gemacht hier elf auf zwölf vier auf vier ist nicht schlecht sind so ein kleines bisschen oben im im nachteil aber ich hoffe das ist für uns ein kleiner positiver effekt denn wenn wir oben immer so ein kleines mismatch haben dann versuchen wir das natürlich irgendwie so ein bisschen auszubauen beziehungsweise irgendwie weg zu machen dann muss halt ein 11 auf den zwölfer dran und aber stabil hier zwei sterne das ist in ordnung und es sieht ja auch aktuell eigentlich ganz gut aus 26 wie sieht es hier in den statistiken aus 6 3 auf unserer seite zwei beim gegner aber der gegner hat noch nicht ganz so viel gemacht ich wollte lediglich mal wieder eine folge machen und gehe jetzt auch noch ein bisschen fahren mit euch ich hoffe das stört euch jetzt nicht dass wir auch noch dass wir auch noch so einen schönen elfer machen hier beziehungsweise ist gar kein elfer ist ein rathaus 10er den immer mal mit ich habe noch alte event armee hier auf dem in in der pipe und da machen wir die mal mit denen erstmal mit den baby drachen hier also ein bisschen fangen und ja so lange habe ich jetzt mit mit dem auch nicht angegriffen beziehungsweise ich habe schon mit dem angegriffen aber ich hatte diese armee immer noch immer noch irgendwo dabei dann nehme ich dir jetzt auch mal mit ich habe zurzeit keinen worten auch was habe ich denn da drin ok riesen und bowler ja gut da kann ich jetzt auch nichts für ich habe zurzeit kein wort mein wort pennt denn der musste dringend ein update bekommen aber dringend müssen wir hier gut ich habe natürlich das darf ich nicht verkennen ich habe keinen worten okay die können hier ruhig außen lang gehen ihr wisst außen ist alles nicht so schlimm denn die ressourcen sind hier aus in der mitte ist ja eigentlich nur das rathaus und ich bin mir nicht zu schade immer immer diesen feger da weg zu kosten was habe ich ihnen da noch blitz zauber ok den vor baller ich ja ja wer hat mir denn den reingetan auch nicht schlecht okay dann können wir aber noch unsere helden setzen glaube ich kann das sein wohl welche ecke nehmen wir denn ich würde sagen wir fangen hier hinten mal an da haben wir king und queen mein king werde ich jetzt mit glaube ich zwei oder drei hämmern noch mal bearbeiten bevor denn das update irgendwann mal ins haus steht und wir können die hämmer nur noch mit einer downtime benutzen das will ich in jedem fall noch mal umgehen das habe ich auch in den kommentaren gelesen nach dem video von mir dass das einige machen werden so nach dem motto na da muss ich jetzt noch ganz schnell wenn meine ganzen hämmer loswerden ja und ich muss jetzt ganz schnell noch mein king hier rein schicken oder holen wir noch ein bisschen was da geht die queen jetzt noch mal rein aber gegen den obwohl das ist ein single entferne ok da hat ihn natürlich nicht viel gegen anzustinken aber der king hier erholt sich noch mal ein bisschen dunkles jawohl da holt er sich noch mal das dunkle und dann habe ich jetzt eigentlich auch genug dass ich den king schon wieder leveln kann 159 162 ja ein bisschen mache ich noch mit dem nächsten bauarbeiter geht er mein king hoch mal sehen ob ich ein zwei hämmer benutze das werdet er dann in den nächsten folgen sehen ich wollte mich in jedem fall mal wieder gemeldet haben bei euch ich hoffe die folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen also wir sind hier einmal aufgestiegen das wollte ich nicht und was ich eigentlich auch nicht wollte ja gehe ich auch in den nächsten videos mal drauf ein ist sind natürlich die news dass bilder hall 9 kommt auch das ist und dingen das wollte ich eigentlich auch nicht aber es kommt nun mal und auch der auto kommt kann ich auch was zu erzählen allerdings wird es auch richtig knackig werden den auto zu bekommen also den helfer im im nachtdorf dafür hat man dann zwar einen sechsten bauarbeiter im tagdorf aber man muss um den auto sich freizuschalten auf der auf der fünf vierten fünften stufe glaube ich muss man auch einiges schon geschafft haben eben im nachtdorf vor allen dingen und da bin ich ja glaube ich nur mit dem torsen so weit mit allen anderen accounts nicht also hoch hoch leben die die so ein bisschen in ihrem nachtdorf gerasht haben und haben da jetzt schon bilder hall 8 stehen so dass auf 9 gehen können aber gehe ich die tage noch mal drauf ein das wollte ich auch nicht aber noch mal glückwunsch an die herausforderung hier in der in der christian liga 1 und es wird nicht einfacher es wird schwerer ich hoffe ihr bleibt am ball bis dahin auto